Ich hab die Wahl. Weltoffene Geschichte aus dem Ilmkreis. Die Initiative Solidarische Welt Ilmenau e.V., kurz ISWI, ist ein von Studierenden gegründeter Verein, der sich für Frieden, Völkerverständigung sowie internationale Gesinnung und Toleranz einsetzt. Auf dem Campus der Uni Ilmenau angesiedelt, organisiert er unter anderem alle zwei Jahre die International Student Week in Ilmenau, wieder kurz ISWI genannt. Ich bin Caroline Lehmann und Mitglied der Initiative Solidarische Welt Ilmenau und wir befinden uns jetzt gerade hier im ISWI-Büro. Der ISWI e.V. ist ein studentischer Verein an der Technischen Universität in Ilmenau und wir setzen uns für Frieden und internationalen Austausch ein. Eines unserer größten Projekte ist die Internationale Studierendenwoche in Ilmenau. Die findet alle zwei Jahre statt. Das ist eine der größten Studierendenkonferenzen, die tatsächlich von Studierenden für Studierende organisiert wird. Europaweit sind wir die zweitgrößte Konferenz dieser Art. Wir haben knapp 400 Teilnehmer. Es sind immer so zwischen 350 und 400 junge Menschen, die aus allen Teilen der Welt hierher kommen. Und dann gemeinsam über ein Thema diskutieren. Also wir haben für jede Internationale Studierendenwoche ein Oberthema, womit wir uns beschäftigen. Beispielsweise war das 2009 Menschenrechte oder auch Freiheit im Jahr 2011. 2013 haben wir uns mit Jugend beschäftigt. Und das nächste Thema ist jetzt beispielsweise Verantwortung. Das Wichtigste dabei ist der Austausch zwischen den Studierenden. Und ein großer Teil davon ist inhaltlicher Art. Also wir haben verschiedene Vorträge von Referenten, die wir einladen. Wir haben jede Menge Gruppenarbeit und Workshops. Und da drum herum kommt aber auch immer noch ein relativ abwechslungsreiches Kulturprogramm. Also mit Open-Air-Konzerten, mit einem International Brunch, mit verschiedenen größeren Veranstaltungen, Sportfesten, Filmabenden. Alles, was uns da halt so einfällt. Ich denke, also das ist auch so ein bisschen mein Ziel hinter der Arbeit oder das, was ich hinter dieser Arbeit sehe. Dass es wichtig ist, dass die Welt näher zusammenwächst. Und das erreichst du halt nur dadurch, dass du einen Austausch zwischen Menschen ermöglichst. Sodass sie Vorurteile abbauen können und einfach sich gegenseitig kennenlernen und auf menschlicher Ebene. Ich habe die Wahl. Weltoffene Geschichten aus dem Ilmkreis.